Wir alle haben als Kind Titanic geschaut. Aber ist euch da nie etwas aufgefallen? In der Szene, wo Jack und Rose sich kennenlernen, erzählt er, als er ein Kind war, ist er früher am Lake Wissota eisfischen gegangen. Die Titanic ist 1912 gesunken, aber Lake Wissota wurde erst 1917 errichtet. Er erzählt ihr auch, dass er am Santa Monica Pier gearbeitet hat. Sie möchte ihn dort besuchen kommen und er erzählt, sie werden dort Achterbahn fahren. Doch eine Achterbahn auf dem Pier wurde erst 1996 erbaut. Dazu kommt, dass Jack nicht auf der Passagierliste war und ihr werdet jetzt sagen, er hat die Tickets gewonnen, aber hat er das wirklich? Es gibt nämlich eine Theorie, dass er in Zeitreisen da ist und auf das Schiff gekommen ist, um Rose zu retten. Zweimal, als er sie beim Kennenlernen vor dem Selbstmord gerettet hat und um sie vor dem Erfrieren zu schützen. Glaubt ihr, diese Theorie ist wahr? Schreibt es in die Kommentare und macht euch mal das Scheiß Plus weg!